ARD Text im Auftrag von Funk Ey, really? Scheiß! Alter! Spacko! Hier, Caramel was slain by a... Skeleton Nee, Skeleton So, ey, die ist so ne Mega-Höhle, ne? Also, ich geb euch nicht die Daten durch, dass ich hier selber gehören kann Erstmal Ginny-Porten Guck mal! Ey, ohne Scheiß, die Höhle ist so mega! Krass! Ja, mach sie leer, bring die Rohstoffe mit Schmeiß bei jedem gleichen Anteil in die Kiste und alles ist gut Niemals! Oh, ein- ein- ein Waves Ich bin blau Und du bist ein OB? Ja Hä? Hallo, du bist... Das steht auf deinem Gesicht Ach, Mann Wo ist denn los? Alter Junge! Die Höhle, ne? Alter Falter! Aua! 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 Nein, nein, nein! Fui! Weg, aus! Weg, 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 weg! Lol, die bocken sich gegenseitig tot! Wie geil ist das denn bitte? Willst du mich verarschen? Äh, da fragst du noch? Ey, wollt ihr wirklich nicht wissen, wo die Höhle ist? Nein, Creeper! Oh, das war Glück! Ne, das sind Creeper, die will ich nicht! Ach, Leute, der Creeper ist grad die Schlucht runtergefallen! Alter, die Höhle ist so riesig! Hammeerhard! Weißt du, da sperren sie die ganze Zeit von, aber wir würden uns erst nicht sagen, wo die ist, ne? Ich hab's fixen! Ja, also... Sie will uns ja anfixen, dass wir eigentlich fragen! Ja! Und viele? Viele! Nimm die und der Stick dran! Hahaha! Habt ihr unten! Das ist wahre Liebe! Ja, denn wahre Liebe gibt's nur unter Männern, ne? Worst Party! Worst Party, genau! Warum wird das jetzt kein Repeater? Oh Mann! Doch! Mhm! Aus! Ist das jetzt auch hier wieder gerade, oder? Hast mal wieder nicht zugehört? Junge! Hä? Watt! Ich bin an Bauen, ey! Ich glaub, es rain geht gleich an die Decke! So hört sich das zumindest an! Was? Du gehst gleich an die Decke, weil es nicht funktioniert! Die sind doch alle, die muss es nur bauen! Willst du eigentlich? Boah, ne? Junge! Die Arroganz! Ganz ehrlich, ne? www.gelbesaiten.de und so! Aua! 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 Fui! Nicht hauen! Aua! Ich glaub, da ist beim Bau etwas schief gelaufen! Etwas! Ich glaub auch! Schlechter Architekt! Mhm! Wer war sein Geld nicht wert! Geringfügige Fehlplanung! Ganz gering! Ich glaub, ich brauch doch mal... Hier, Lauch! Du hast bestimmt grad ganz megadoll Langeweile, oder? Na, total! Ganz total! Wirklich? Ja, ich mach hier auch überhaupt nichts! Ich steh dumm in der Ecke rum und... Deswegen ja! Ich brauch Sauerstoff! Das... Ich hab's doch gewusst! Deswegen! Haha! Ich hab kein Redstone mehr! Aua! Da los! Redstone-Mangel im Hause Swain? Ja! Oh Gott, oh Gott! Irgendwas ist da kaputt! So, was gibt's? Ich kann hier etwas vom Clan selber importieren! Ne! Los nicht! Die Kisten sind grad so schön voll! Oh, genau! Ich hab noch Redstone! Ich hab glaub ich auch noch welchen! Nee! Ja! Ja! Nee! Ich hab ihn in meinem Inventar! Schön für euch! Sehr schön für euch! Möchtest du welchen haben? Das wäre super! Wie ist das Zauberwort? Phil! Phil! Nee, das heißt dann Phil haben! Das Zauberwort mit zwei T's? Flott! Aber flott! Nö! Dann gibt's eben keine Stillebeleuchtung! Oh! Hier, nimm den Redstone und der Stick dran! Swayne! Is'n Snickers! Wenn man von Logen riecht bist, wirst du zur Diva! Oh, die Diva! Ja, Swayne ist ne Diva! Alter, ihr müsstet mich mal sehen, ne? Mit den zigtausend Pfeilen im Körper! Aua! Aua! Mensch! Hier sind so viele Skelette! Hallo? Ne, machst du das, Rain? Ja, ne? Gut, da geh ich halt dort nicht lang! Boah! Geh ich halt woanders lang! Ich hab keinen Repeater mehr! Dann bau einen! Ich hab keine mehr! Echt mal! Dann hol Material für einen Repeater! Lass mich mal! Nö! Da brauch ich auch Fenstern wieder! Genie? Ja? Bring mir Redstone mit! Ja! Weißt du, das Problem ist, wenn ich hier keine ordentliche Ausrüstung hab, komm ich dann die ganze... Aua! Monster nicht vorbei! Mann! Dann gehst du auch ohne Ausrüstung in der Höhle! Ja! Ich hab ein Eisenschwert! Nein! Ein Steinschwert! Eisenschwert! Oh! 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 Genau! Aber, wie gesagt, das sind so viele Monster, da komm ich alleine nicht durch! Ey, ich hab so viele Pfeile im Körper stecken! Alter! Vor allem, da geht so eine Schlucht runter, da unten ist Lava und da ist garantiert Redstone, aber... Ja! Alleine geh ich schon nicht runter! Da war hinten da! Nee! Nee! Ich glaub sogar, dass da unten irgendwo so eine, ähm... Wie heißt das da? So eine Eisenbahn ist? So eine unterirdische Höhle da hier? Wie heißt das denn hier? Oh, eine Achterbahn! Genau, eine Achterbahn! Einen Stollen? Einen Stollen, genau! Mir fehlt jetzt das nicht mehr ein! Ich brauch eine Redstone, ne? Oh, ich hätte das auch voll Hunger auf Stollen, ne? Ja, Sven, da komm her und holt die mit Redstone, verdammt! Oh! Oh! Junge! Warum sind sie so gereizt? Tja, wenn ich das wüsste... Das ist mir alles hier voll nicht so koscher, Mann! Süße Tja! Oh! Tja... Annie! tipo Mö! Как das lieb! A-Mmm! Spenang! Oh! Çünkü ju... Einen Stollen. Ich glaube, du bist der Erste, der die Peitsche zu spüren kriegt. Ich glaube auch. So lange bis es blutet. Mindestens. Danach, weil es blutet, ne? Genau. Ey, warte mal, ich bin so doof, statt ich den Fluss hier mal zumache. Nein. Ne. Weg. Einsicht ist der erste Weg zur Selbstbesserung. Ja, deswegen gehe ich jetzt noch mal zurück und mache den Fluss zu. So, pass mal auf. Das geht eigentlich ganz einfach, eigentlich. Wer war das? Was denn? Ah, diesen Tunnel. Und du dir ins Haus rüber. Mal gucken, ob ich es überlebe. Pass mal, wer. Der ist nicht tief genug. Ey, der ist ein Tintentier. Baus an. Genau. Warte. Echt mal, baue das an. Hä, Tintentiere anbauen? Schlechter Scherz? Oder wirklich? Von wem kam das nochmal? Von Kamsa, oder? Nein, von Basher. Sag mal, kann man eigentlich Redstone auch mit der Steinspitzhacke abbauen? Nope. Ja, dann, tja. Ja, was machst du hier, ja. Ich würde einfach mal sagen, dann kann ich leider keinen Redstone mitbringen, weil ich habe nur eine Steinspitzhacke. Sowas doof ist aber auch, Creeper. Nein. Was? Erweiterst du dein Haus? Du findest aber garantiert... Nein. Jetzt klett. Ich erweiter mein Gab. Du findest aber garantiert Eisen nur. Der verfickte Creeper gerade hier die halbe Höhle in die Luft gesprengt. Ist das so? Bini, du findest aber bestimmt Eisen und kannst dann dir einen Ofen machen und dann wird das da brennen. Nö, seh ich gar nicht ein. Nicht? Nö. Noch nicht. Aua. Meine Fresse, ich steh nicht so auf Haue. Oh, da haben wir aber andere Aufnahmen. Ja, scheiße. Aua. Wann? Aua. Scheiß Skelette. Mann. Lass mal was essen hier, ich bin fast tot. Wie gehst du bitte in die Höhle? Da kommt mein Essen, ich bin fast tot. Ich hab nur ein Steinschwert, ich hab nur eine Steinschritzhacke. Ich habe genau drei Pfeile in meiner Schulter stecken. Du bist Optimist. Ja, ich bin Optimist. Genau. So sieht's aus. Geht einfach ohne alles da rein. Oh, hallo Creeper. Hey Waves. Hä? Du hast doch gerade Gratis Clean Stone abgegriffen, ne? Ja. Komm mal her hier. Warte. Darf ich jetzt für dich wieder Sklave spielen? Ja. Hm, aha. Ja, ihr seid nur neidisch. Ist das noch eine falsche Szene? Ich glaube nicht. Nein. Ah, da ist dein Haus. Verdammt, geh weg. Pui. Verdammt, vorbei. Wo bist du? Hier, an der Baustelle. Hallo. Alter, die Höhle, die ist so riesig. Überall findet man neue Gänge. Loil, hier geht's voll ab. Hier unten ist Party. Wo denn? Ja, deswegen mach da zu. Wo ist denn Party? Da, wo du nicht bist. Ja, bei mir ist auch Party mit Zombies. Ja, hier ist eine Höhle mit einem Pilz drin. Ein Enderman steht daneben. Ach so, ja, in der Höhle war Corinne schon gewesen. Echt mal, die ist schon alt. Ja, in der Höhle waren wir schon. Da ist auch so eine Schlucht, ne? Ja. Hm, da waren wir schon. Oh, ein Koch. Hallo. Ich hab die Höhle, glaube ich, sogar als Obsidian-Höhle gespeichert. Seid ihr auf dem Waypoint oder, warte mal? Nö, sind wir nicht. Warte, warte, warte. Ihr seid ungefähr 534 Meter von mir entfernt in der Höhle. Oh, ihr Schafe, habt Liebe und gebt mir Wolle. Kommt, du. Koch, zwingt Schafe zum Sex, dass die Babys machen, ey. Um sechs, genau. Nö. Um sechs, um sechs. Oh, bei Jan im Lager gibt ganz viele Gratissachen. Und solange du das Echo abkannst. Oh, das Echo wird böse sein, ich glaub mir. Das Echo kommt am Wochenende. So. Ihr Schafe, habt ihr... Ja, wenn du Redstone brauchst, geht zu Jan ins Lager. Das hab ich ja eben dreimal gesagt. Ey, ist nicht ihr Ernst, oder? Ich müh mich hier ab und... Ja, das merk ich mir. Aber, Waze, bringen wir aus meinem Lager die Erde mit, bitte. Mjau. Wie viel? Äh, vier, fünf, acht Stacks. Okay. Du, ihr Schafe, jetzt kommt hier, ich brauch Wolle. Da ist er schon. Also ich muss mein Inventar erstmal ausleeren. Hm. Ich hab mich so ganz dezent vorlaufen in der Höhle. Aber nur ganz dezent. Aber so richtig dezent. Ja, ja. Nicht wirklich, nur ganz dezent. Nein, hau ab, du scheiß Vieh. Weg. Wollt ihr mich alle fahrschen? Nee, fast schon. Weißt, der läuft jetzt immer hin und her. Fast schon, alles gut. Stand da nicht Dienstboote, weil die haben Skin dran? Ja. Dachte ich auch eigentlich. Da steht OB. Ja, dann wissen wir, wofür du bist, ne? Oberbringer. Oh, fuck. Hier ist deine Erde. Danke. Nimm ab schon, wer es gerade gesagt hat. Deine Erde. Ja, perfekt. Er steckt dran. Danke, war ich. Er steckt dran. Wie freundlich er doch ist. Da haben sie zwei gefunden, ey. Hey, du mal ganz ruhig. Echt mal. Ruhe auf den billigen Plätzen. Binnen deinem Arbeitszimmer, hallo? Ja, billiger Arbeitsplatz. Oh. Alter Maul. Oh, geil. Alter, dein Maul. Wo war denn die Schlucht gewesen? Wo bin ich denn hier reingekommen? Hinter dir. Der Mann da drüben ist grün. Was machst du hier oben? Ich? Oh Gott. Ein OB verfolgt mich. Ah ja. Er ist stark und saugfähig. Oh Gott. Koch, ne? Also manchmal macht der Junge mir echt Angst. Ja, manchmal. Okay. Ey, komm. Wenn ich schlafe, muss ich ihn nicht mitkriegen. Oh, das stimmt. Hä? Wenn du auf Arbeit bist. Nix, komm, dann schlacht's mal. Beugt dich so ganz an dein Gesicht und sagt dann, na du. Du glaubst gar nicht, wie weit der dann fliegen würde. Ich glaub, die Schelle würde ich bis hierher hören. Das glaub ich allerdings auch. Ich glaub, die würde ich noch drei Jahre später spüren, ey. Und wenn du überhaupt noch was spürst. Ah, Fledermaus. Das stimmt, danach bin ich abgehettet vom Gesicht. Der fliegt wahrscheinlich so weit, da kann er bei Sven noch ins Wohnzimmer winken. Oh, cool. So, wie mach ich das jetzt am besten? Hier ist da unten, da will ich hin. Was? Warte. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Jawohl. Ich bleib nicht mehr. Ich bin grad in die Schlucht runtergefallen. Mit übel nur fünf Zentimeter hohem Wasser und ich hab überlebt. Jawohl. Nein. Läuft. Ich bin's. Nein, 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 nein. Ich will sterben. Nein, nein. Tschüss.